Jetzt möchten wir uns erst mal nach so einem Handy umschauen. Vielleicht hat da jemand einen guten Xiaomi, ja? Also einen guten Tipp für ein billiges Handy, das aber gut zum Fotografieren ist. Ja, wir können das auch selber machen. Xiaomi, okay. Du meinst, Sie sind zum Fotografieren gut, ja? Langsam, langsam. Da fahren wir jetzt hier mal auf den Markt. Oh Gott, ich kann das nicht machen. Ach so. Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi ist die Marke wie Samsung. Ah, okay, gut. Also ich nehme euch ja mit, da könnt ihr mich vielleicht verörtlich beraten, ja? Ist natürlich toll, wenn man Leute dabei hat wie euch, die vielleicht das eine oder andere wissen, ne? Nein, nein, auf dem Markt kaufen wir keins. Nein, nein, auf dem Markt kaufen wir... Da ist halt gerade zufällig Markt. Hier ist ein Laden, ein größerer Laden. Wir kaufen nichts auf dem Markt. Nein, gibt keiner von dem Markt. Ach doch, gibt es schon auf den großen Märkten schon, aber hier bei uns auf dem Markt nicht. So, da mache ich euch mal auf meinen Gimbal jetzt drauf. Dann geht es weiter mit dem Gimbal. So, und da geht es mal über den Markt mit euch, ne? Du hast mal Hut. Gut. Oh, hier wieder Naturmedizin. FIWO. Die haben nur eine Marke, ne? Lieber zu dem anderen, der ist größer. ROTTI gibt es da auch noch. Ach ja, hier ist also ein Geschäft, wo man Süßigkeiten kaufen kann. Alles, was es gibt an Süßigkeiten. Wir haben also alles, was es gibt an Süßigkeiten, ne? Diese Leute kaufen es schon weiter zu verkaufen. Genau, die verkaufen das an Geschäfte weiter. Die Geschäfte verkaufen es dann eben nochmal. Jawohl. An Wiederverkäufer verkaufen die, ne? Ja. Hast du dein Paar dabei? Ja. Jetzt schauen wir vor. So. Jetzt sind wir wieder bei so einem Hersteller für so Ambulette. Das ist das, oder? Nein. Das ist das, oder? Aber schon, das ist gut. Nicht einfach. Das ist das hier. Warum ist das so ein Unterschied? Da 186, dann da 2085. Ach so, okay. Ach so, okay. Ach so, okay. Dann lassen wir das Teil hier. Zeigen wir mal. Wir hatten doch mal für 50 Baht so ein schönes Ambulette gekauft. Vom alten König mit einem Fotoapparat in der Hand. Und da Korn, gerne fotografiert, hat sie den gekauft. Ja, wunderschönes kleines Ambulette. Nur leider ist da so ein kleiner Bügel abgeboren. Bananen-Erkenner. Ich glaube, der kommt sogar von Thailand ein Hämatom. Ja, please. Hab ich nicht. Ich weiß es. Ich habe einen Informzmann. Aber mir ist das so wichtig, was ich nicht. Ich weiß es nicht. Du hast nicht. Ich habe einen Einzigen. Oder Korn dazu. Wer ist das? Wer ist das? Der Korn dazu in der Hand. Ich habe mich kurz, sagen Sie. Wer ist das? Müll? Wer ist das? Ich habe dir einfach nur, wie eine Verkollung. hat er so was kleines wir kommen aus der schönen pfalz ich bin ein lauter ein felser urgestein größer groß so groß ist nicht so will ich gerade fertig ist das große wieder nix das hier ist kein ist das gold also das hier ist gold ja da wollte man eben ein anhänger dran sie will denn sie will das katze gold genau sie will den anhänger haben sonst nix zur wandernadel ja ja wandernal hast recht so langsam müssen meine wandernadel bekommen ja richtig homer das ist das problem auch ich habe nämlich geschaut nach einem huwai was auch schön gewesen wäre aber da geht das nicht mehr über google was ist wir haben verschiedene was was hat sie da was ganz so vorschlag man muss wissen was guck mal was kostet obo renault 5 hallo julian schön dass du da bist ein gutes wolken schiefel zeitig fünf sechs tausend bad sag mal du willst nur zum fotografieren macht einfach ein bilder kannst du probieren wenn es dir gefällt ist gut genau julian ein neues telefon eigentlich nicht ich habe ja kein telefon kannst du probieren also probieren sie hat ja ein telefon sie wird nur fotografieren verstehst du nicht warum soll man da viel geld ausgeben würde ich lese doch einfach mal machen dann guck schon mal danke für dein follow kommt guter dankeschön also wie gesagt sie will jetzt sich das einfach zum fotografieren machen wir bilder davon wir haben eine kamera ich habe eine digitalkamera von kennen wir haben kein schwein mehr von uns wir haben gesagt kann man mal erlebt und dann wird wir brauchen ein bisschen mehr oder also sagt einer ober ist schrott nach ein paar wochen hast du wehwehchen hast du probleme ja ja und was von huwai nix im füß das ist das wo man es wird schon heute also harry sagt aber obo ist sehr gut gutes preis leistungsverhältnis kennt mir keiner das muss wohl sind das muss wohl sind das muss wohl sind ja sie haben probleme mit mit huwai halt immer weltgesund ein google plan nicht geht Hat jemand von euch noch Erfahrungen? Korn hat iPhone. iPhone sind aber scheiße. Wir haben iPhone 8, wir haben iPhone 6s, iPhone 8 Plus. Funktioniert alles nicht. Schau mich, wer noch besser sein soll. Aber das haben die doch nicht. Dann müssen wir weiter probieren. Ich habe sie nicht mehr. Da finde ich es jetzt schon. Unheiligkeit. Was dann? Ja, die haben nicht die. Das ist doch das, was die Belgische hat. Vivo. Kennt jemand Vivo? Vivo. Ja, Tommi, ich habe ja Korns Handy zum Streamen. Weil mein iPhone scheiße ist. Und das iPhone 6s auch. Kannst du alles vergessen. Also ich kann nur sagen, das Huawei YX9, was wir hier haben, das hat 6.000 Baht gekostet. Und das macht super Bilder. Ja, und du denkst, dass es gut ist. Aber nicht jammern, wenn es doch nichts ist. Ja, und du denkst, dass es gut ist. Aber nicht jammern, wenn es doch nichts ist. Und dass du dich auskennst. Weil ich kann mich da nicht auskennst. Weil ich kann mich da nicht auskennst. Also, jeder sagt es hier rum. Wir sollten mal warten. Lieber gucken. Ja. Aber ich dachte nicht. Keine Ahnung. Das habe ich schon gesehen. In Schanderburg halt. Ja. Ich habe ja nicht so viel Ausfall. Also. Ja, das geht nicht so viel. Ich muss gucken. Ja, deswegen gucken wir jetzt eben. Hallo, guck mal weiter. Da sagt auch jemand, realme wäre super. Warum das da? Was ist denn mit dem da? Sind bestimmt auch teuer oder nicht? Wesenabwohns billig. Ja, das ist Realme. Du hast 8 Pro. Das ist noch ein Preis da günstig. Wie sind die Bilder davon? Domi, wie sind die Bilder davon? Aber guck, wie ein bisschen. Nicht zu groß ist, nicht zu groß ist. Top, das 8 Pro. Ist das das 8 Pro? Mein Lusi. Bad, Alena? Du meinst da? Bad Pro. Bad Pro, du meinst da? Das ist das neuere wieder. Was der Kamera hat sie? Das Realme hat in der Bewertung mit der Kamera mit am besten abgeschnitten. Das hat sehr gut abgeschnitten von der Kamera. Auf der Rückseite stehen die Megapixel. Schauen wir mal. Ah, das ist die Kamera. Da steht nichts, weil ich nicht rauch. Das ist die Kamera. Das ist das Gericht. Hier habe ich eine Megapixel. Das ist ein Fon. 64 Megapixel Vorne 16 und hinten 64. Was kostet das? Ich weiß sie auch nicht, Schatz. Ich kenne mich auch nicht aus. Wir machen sie mal Gedanken drüber. Ja, ich will ja jetzt nicht im ersten Laden. Ich will jetzt auch nicht beim ersten Handy gleich zuschauen. Ich will mal gucken, was es alles so gibt. Aber lieben Dank für eure Vorschläge, Freunde. Dankeschön. Wir sind im ersten Handy. Wir sind im ersten Tode. Wir sind im ersten Tode. Wir sind im ersten Tode. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020